Hey Leute, was geht? Für uns denn herzlich willkommen zu einem Glücksrad-SBW. Ich habe übertrieben Bock, der Gegner heute ist Heisen. Hey Leute, was geht ab Heisen heute mit am Stand? Ich freue mich hier zu sein. Ihr seht, das Team ist noch komplett leer. Wir wissen gerade nicht, wer unser Starspieler wird, was wir für eine Formation benutzen müssen, aus welchem Team und aus welcher Nation wir Spiele einbauen müssen. Alles wird vom Glücksrad hier heute bestimmt. Und hier haben wir schon das erste Glücksrad. Es geht um den Kapitän. Ich habe, glaube ich, von jedem einzelnen Event, das es bisher in diesem FIFA gab, eine freshe Karte hier raufgetan. Bei manchen Events waren sie natürlich besser als bei anderen. Das heißt, es ist natürlich auch immer noch Glück, dass man guten Spieler kriegt. Die sind auch eigentlich nur relativ offensiv. Also man kriegt eigentlich einen nicen Käpt'n. 10.000 Likes sind das Ziel heute. Wird mich riesig freuen, weil ich feiere solche random Ace-BBs mit so Bedingungen und sowas. Das machen wir eigentlich gar nicht so oft, aber es macht richtig cool, macht richtig viel Spaß. Da sieht man auch noch neue Sachen. Deswegen, Daumen nach oben wäre cool. Lass doch gerne ein Abo da und Heisen, wollen wir für dich reingehen mit dem Käpt'n. Ey Bro, ich bin sehr, sehr gespannt. Es sind einige krasse Karten dabei. Komm, dreh mal. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Gib mir was geiles. Gib mir was krasses. Gib mir... ...Dias? Dias? Bruder! Hulikate! Ich hab' diese Karte noch nie gesehen, ne? Ich weiß nicht, was die kostet. Die sieht nicht so verkehrt aus, aber die anderen hier auf dem Rad waren schon besser, muss man sagen. Digga, das ist ein F. Das ist ein F. Aber egal, wir werden ein geiles Team drumherum bauen und sicherlich freuen, ihr kennt mich. So, jetzt bin ich dran. Was wird meins da? Krieg ich was Besseres? Krieg ich was Schlechteres? Ja, ich bin sehr gespannt. Oh... Oh, warum wär's das? jetzt viel wichtiger das spiel aber nicht so wichtig jetzt ist viel wichtiger keine drei kette keine drei kette ja 4321 das ist voll gut mit 2 ms und so kann die aus nur flügel spielen weil er musste ihn auf null schmieren im team rein tun kann das wird brennen weil wir die formation aufbrennen da hast du schon mal wieder spieler nicht mehr einbauen können okay außer er kann er nicht ich habe geschaut jetzt krieg ich viel leider die fünfte mit mittel stören weiß auch nicht meine lieblingsform aber ohne die auf dem linken flügel damit arbeit machen diese räder hier die gefallen mir oder dieser diaz kostet 1,5 millionen coins sogar okay crazy von der karten noch nie was gehört noch nie gesagt die kostet 100k max so jetzt werden noch nationen ausgelost und vereine man muss jeweils immer zwei davon nehmen also wenn ich jetzt hier kroatien kriegt muss ich zwei karten im team einbauen das gleiche gilt verheißen du bist als erstes dann hier gibt es nationen die baut man eh immer ein easys gebägel die hat man durch selten bisher im aspb benutzt bei dir england england das warst egal sehr gut was kriege ich bei dir läuft heute nicht so gefällt mir ich bekomme die türkischen brüder wenn beide sehr interessante teams da muss ich gucken wie ich nehme okay so hier bei den teams kann man auch welche kriegen wenn jetzt einer von uns kommt man kriegt dann wird es ein ganz wildes team das ist egal muss man zwei vom team oder zwei also zwei kohaten aus kopenhagen hat schon mal dran vorbei ja das ist gut das ist das ist das ist das ist das ist ich hab brunaldini warte mal ich hab sogar ein eigenes kommt ja ehrlich ich gibt die gönne trotzdem kommt man was ich machen es wird nicht kommt man das gerade der aufzug gelagten die bringt das gar nichts den menschen das united gab es haben dadurch dass die spiele eh nicht push weil er keine chemie hat also dein stein muss auf 30 kommen alle müssen voll sein außer dir ist der kann nicht und ich muss auf 33 kommen also alle müssen voll sein hat jemand einbaut ob wir es aber immer meine eiken sogar richtig dicken vorteil jetzt noch mal alles klar das format bevor wir zu richtig ins spb reingehen gibt es ganz kurz promo für meinen partner in leber dort findet ihr nämlich nicht nur die günstigsten psn cards die meisten karten sind 10 bis 20 euro günstiger als in anderen shops ihr findet außerdem auch richtig günstige game keys für alle plattformen egal ob für den pc für die playstation oder für die xbox und auch in allen anderen bereichen was zum beispiel geschenkkarten angeht wenn ihr tinder haben wollten amazon karte haben wollt spotify verlängern wollt ihr findet alles günstig bei leber der link zu meinem partner leber ist in jedem video ganz oben in der video beschreibung könnt euch auf jeden fall da spart ihr mit allen sachen und mit jedem kauf wenn man links supportet ihr mich danke dafür wir sind in den teams starspieler sind da formationen sind ausgewählt was noch fehlt sind die spiele aus den nationen und aus den teams die müssen auf jeden fall noch reinkommen weil ich nicht einfach die teams zu basteln waren schon harte bedingungen und damit man jetzt auch nicht die ganze zeit nur kroaten und türken aufschreibt haben es so gemacht man darf die bedingungen nur so oft aufschreiben wie sie auch vorhanden sind also ich darf insgesamt nur zwei manchester united spielen zwei karten aufschreiben heißen darf nur zwei türken und zwei von paris aufschreiben das heißt man muss weise wählen und ja bist du ready ich bin der die bros war wirklich nicht leicht freunde aber ich bin richtig halt mal rein deine ersten beiden spieler ich habe direkt einen paris spieler aufschrieben ich hoffe ich treffe ihn direkt vielleicht okay okay dann weiß ich schon mal bescheid dass es für dich eng wird weil ich habe es genau andersrum gemacht ich habe einen türken direkt genommen einen sehr gehypten mann mal gucken was von der zukunft noch von ihm her hat ada güler ist der gleich momentan verletzt da ist ein bisschen anlackier aber den will ich auf jeden fall in fifa mal testen wenn er nicht so gehypt ist und mein mittelstürmer ist eine hero karte das ist murrientes ah ich glaube ich bin nicht in paris gegangen dem belay und obameyang schade 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 also kannst beide spielen aber ist noch nicht leicht weil du hast einen geilen starspieler kommende eike da kannst du gefühlt alles spielen also mit deinem starspieler kannst du auch alles spielen weil der herr ist sowieso technisch raus ist aber du musst ja eh weitere prim league spieler wegen menu auch noch ich finde es krass dass dieser dios 1,02 millionen coins gekostet habe ich finde es echt crazy aber nein ich glaube der wird so 100k gut der kann ja ja noch gar nichts von der karte gehört und gesehen das ist krass ich auch nicht bin gleich gespannt wie der abschneiden also erster spieler ist der match zu united karten ist marcus rashford könntest du haben ist einer der geilsten match zu united karten glaube ich die es gibt und auf dem recht mittleren sturm habe ich auch eine hero da machen wir es also ähnlich unterwegs ich habe aber den ehemaligen menschen united trainer solzke aufgeschrieben ich habe es auch genau verkehrt rum gemacht ich schreibe jetzt die nation auf du kommst mit vereinen bei mir anders und schuka und kulumuani weil man den halt schnell gut auf chemie bringen würde so mäßig aber wichtig so leute machen wir weiter mit dem mittelfeld bis jetzt mal schauen ich habe jetzt einen türken aufgeschrieben vielleicht machst du jetzt die türken voll mal gucken ist einer meiner lieblingsspieler übrigens fun fact ich habe drei trikos von ihnen wahrscheinlich okay dann wird es nicht der sein denn ich habe dann weiß ich aber tatsächlich auch wer es ist denn du meinst es kommt ein türke bei mir deswegen habe ich kurz geschwitzt aber es ist nicht schon nur der bei hamburg gespielt hat sondern es ist ein spieler dabei köln und dortmund gekickt hat es schon habe ich im zentral defensiven mittelfeld so jetzt wird es weil ich hier kann man gute sachen mitmachen das ist nämlich der türkei link von der bundesliga in die spanische liga dann können wir mit dem deutschland link von real madrid auch in die bundesliga kommen nämlich mit und dann können wir mit einem weiteren dortmund spieler alle voll machen wenn ich den reinstellen jetzt alle im team gerade volle chemie das ist brand und das ist köstlich gerade megtarian charlano lu und luka modic die beiden anderen also quasi das gleiche was ich gemacht habe nur mit einer anderen liga und ich bin gespannt ich bin mit menu gegangen jetzt weil ich glaube auch du machst jetzt auch mal schauen also lcdm oder rzm fangen wir erstmal mit rzm so muss ich gleich auf jeden fall noch holen sorry er ist pedri das ist die pedri centurion karte also mal schauen ob ich die spielen darf im mittleren z m ja da habe ich den kraten das ist nicht so leicht kraten voll zu kriegen also ich nicht mehr zufüge hinzufügen oder kann ich lassen kannst tatsächlich reintun steht nicht bei mir drauf okay füge ich ein und im lcdm habe ich am start wenn ja wo weißt du es richtig ist donny van der beek ich als bei dir raus kam dass du kohaten bauen muss habe ich direkt an den perfect link kovacic und guardiol gedacht aber dadurch dass ich einen kohaten jetzt schon aufgeschrieben habe wollte ich nicht jetzt weil ich hatte auch angst dass du am ende das bitterste wäre wenn ich jetzt wieder einen kohaten aufgeschrieben hätte es wäre keiner gekommen und dann hättest du am ende noch zwei picks für kohaten und ich dürfte keinen aufschreiben ja aber ich hätte ihn einfach aufschreiben sollen aber später ist man immer schneller ich mach doch kein guardiol perfecting das wäre doch viel zu leicht und später also mann ja auch rutschen gegangen einfach bruno und ich weiß nicht wer der andere war man aber es war auf jeden fall falsch man hätte schon ein bisschen was haben können und ich habe nix einfach bisher du aber auch nicht naja aber gut bei so SPBs reicht meistens wenn man einer rät dann das bringt schon so einen riesen vorteil er ist nicht mehr in außenverteidiger position also außenverteidiger wir wissen das ist immer eine wichtige position deswegen halte ich jetzt rein ich will direkt wissen okay also elfo am start habe ich heute ja ich hoffe du hast jetzt info also du hast noch nicht den kohaten aufgeschrieben ich habe guardiol am start ich hatte also die evolutions karte also sehr sehr geil glaube ich ich glaube sie kriegt eine 85er rating da richtig geile ist der jetzt also richtig stark und rv habe ich alex bald ideen oh mein gott ich bin so dumm digga also nicht gemacht ist er nicht bei dir doch quasi habe ich das ist das war aber auch echt riskant weil ich doch der nur noch also es war echt klar dass du mal ja auch wenn du ihm sagst der perfekte blablabla also das hat man schon rausgehört dass war der kommt aber er kann halt in und links und ich musste mich entscheiden wenn ich den jetzt links aufschreiben durfte ich ihn nicht mehr in aufschreiben und andersrum hätte ich ihn jetzt nicht aufgeschrieben hätte er kommen können hat zum glück habe ich mich richtig entschieden rechts verteidige ich habe mit dem perfect link gerechnet ich schreibe einfach den non rare sergi roberto auf weil ich dachte bald ist so offensichtlich loll junge glück gehabt 99 prozent der zuschauer hätten diese snipe gesetzt da ich dachte ich bin noch schlauer ich nehme den non rare ich war einfach am ende dumm wie er aber das kann gut sein wegen weil ich mit donny vanderbeck die frage ist gar nicht welche liga die frage ist gar nicht welche liga es wird die französische wir müssen auf paris spiel einbauen die frage ist wann kommt jetzt schon jemand wobei hast du einen aufgeschrieben ich habe einen aufgeschrieben ich habe einen pc ich glaube ich bin voll in 20 kommt er entweder sektor der selter digger entweder ich treffe den jetzt und habe bronze keeper am statt oder du hast jetzt komplett zwei spiele safe in der endverteidigung wo der torwart mondi und klaus das heißt ja zwei spieler safe in der endverteidigung ich kann das noch nicht mehr hallo zu leer und gar ja 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 okay das ist geil das ist geil okay das heißt zwei paris spieler sind gleich auch gesichert wird nicht mehr aufstellen dass der plan ist aufgegangen der hätte auch komplett schief wäre schon ein paar paris spieler da hinten ich habe extra auch paris da angestellt weil innenverteidiger und keeper haben die sogar mehrere sein können aber wenn du die nicht mehr aufschreiben kannst natürlich umso besser so freunde kommen wir ins finale ist könnte jetzt sehr kritisch werden für mich weil du wirst wahrscheinlich eh jedes spiel dürfen ich habe trotzdem auch in spaßerlaub denn ich habe in klammern mal hingeschrieben bin ich eigentlich hingeschrieben hat okay ja also natürlich zählen natürlich nur die freunde die drei aber das also zwei sind vom psg die kommen aber einer ist ja nicht vom psg und den kannst du auch so oder so noch hinten ich habe mich bei paris für zwei für die innenverteidigung entschieden als ich habe auch ein bisschen gehofft dass ich kein pick mehr hast also marquinhos kommt einmal der wird wahrscheinlich in klammern jetzt stehen der andere ist aber unauffällig denke ich weil man schreibt euch er herrnandes er vielleicht sogar mokiele campagne beblah ich bin ins grün ja gegangen auch weil seine nation ja sehr exotisches glaube ich sollte da eigentlich nicht drauf steht jetzt brauche ich aber halt noch ein keeper auch aus der liga und da wirst du irgendwas stehen haben es ist lecker von loss also centurion card spc ganz geile ich ja ich dachte gibt es in brasilian dante militär und ederson schade 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 aber also dein marquinhos hätte ich selbst betroffen ja das hätte ich ja ich hab die bämmel tatsächlich wirklich aufgeschrieben als grün ja hätte es sowieso das spiel trotzdem spielen dürfen na 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 das grün ja ist eigentlich super unauffällig irgendwie so spannend der krass ist weil der relativ langsam ist also ich weiß nicht mal schauen recht von dir soll es geben wird schon seine arbeit machen da hinten hoffe ich okay bei dir wird jetzt eine icon auf jeden fall kommen und ein perfect link ja das ist korrekt linke endverteidiger habe ich habe ich eine special card vom vfl boysburg am start da ist der mann und im tor habe ich dann den perfect link jetzt denken kann es kostet ok das hatte ich nicht auf dem schirm ich habe mein orm im tor hätte man mit karlulu und solchen leuten schlotterbeck da gibt es ja auch südl und was weiß ich nicht ich habe sogar probiert die icon zu snipen da haben sie sogar auch eine in verteidigen habe ich einfach blanke aufgeschrieben so bevor ich dich jetzt genau die richtigen also haben ja also geiler perfekt link ich glaube die teams sind fresh wir haben die bedingungen sehr gut erfüllt ist trotzdem einer gesniped aber wir haben auch nicht schlecht gebaut deswegen habe ich schon guten vorteil ich hoffe güler macht da welle auf der seite und dann gehen wir rein verstehst nicht ich habe nur im event die frau ist für ästhetik zuständig bei mir im team und bgweilen mal gucken was die dahinten macht güler ich vertraut dem kopf so dass die bands seite hier und das ist güler das ist echt die sie sich bis zum p der ist einfach noch im feld ok ja ich glaube ich glaube ich glaube ich soll es gehe auf stelle jetzt kratzen ja jetzt kratzt ja puyol gegen ronaldinho für euch ist zu langsam puyol gegen ronaldinho ich muss noch mal passen weil du einen auf die linie gestellt hast das hätte sonst gebrannt so war die sicherere variante ist er 1 tripling mhm djungel ist die oh mein fehler war ich auch getroffen sterne gesehen ich wusste nicht weil ich rangehen soll auf geht's komm junge treibt das spiel an der treibt der spiel an treibt das spiel an junge und zurück und zurück rainbow wog wichtig 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 der könnte jetzt so rumkommen Ronaldinho was ist das so mit dem ich noch nie gesehen woaaah Ronaldinho FIFA Street wo mein Tony warum ist es zu lang die ganze zeit ist Keeper schon da oh da er hat noch mehr gewinnen schon komm schon Oh nein. Ja, der ist so ein Cheat. Aber, hey! Du hast Brand getreten. Toni. Oh, der ist so langsam. Komm, jetzt hau den einfach mal auf! Nein! Kovacic. Auf Rashford. Auf Solskjaer. Hab ich gehofft! Ich hab einen Schritt nach oben, direkt nach unten. Weil ich irgendwie gedacht hab, du wartest so... Renn, 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 Bruder. Er braucht ihn auf links. Nein. Ah, es kracht in Hamburg. Oh, Markus. Hab ich gehofft, hab ich gehofft. Welche Ecke nimmst du? Kurz? Lang? Lang nimmst du? Ja! Digga, kein Wunder, dass der Trainer ist und kein Spieler mehr, Digga. Was soll, ey? So, jetzt geht er. Doppel, der Doppelpass. Und durch. Jetzt muss Baldema hier ein bisschen was machen, bitte. Ganz stark gespielt. Wichtig. Bis jetzt noch gar nichts gut hier. Das ist riskant verteidigt. Julian Brandt. Julian. Was tue ich hier? Julian Brandt. Oh mein Gott. Eigentlich hab ich so verkackt. Oh mein Gott. Der ist viel schneller. Der ist viel schneller. Und jetzt... Ja! Was? Ach so ist drin, ja. Ich wusste nicht, dass ich deine Mutter beleidigt hab, Digga. Was passiert hier? Oh, hat der Glück gewartet? Warum ist der Ecke? Nein! Lass mich da noch dazu ein bisschen probieren, ein Tor zu machen, Digga. Ah! Ah! Ihr Discards, Mann! Ja! Digga! So! Ich hab umgestellt, Danny. Ich hab hier einen oder anderen heftig Spieler. Luis Tejas. Spedri. Ne Hero. Ne Icon. Also eigentlich alles, was man sich so wünscht als FIFA-Spieler, glaub ich. Ja. Vier Snipes. Ähm... Ja! Ah! Wie mach ich's denn heute? Hm... Ich nehm... Ich nehm... Ich nehm, glaub ich, mal... Ich nehm mal... Deine beiden Außenverteidiger. Mhm. Ey, ich hab das Gefühl, hinten ist was. Aber ich will nicht nur hinten nehmen. Ich nehm den linken Innenverteidiger. Mhm. Und dann nehm ich noch... Der bei der rechten Verteidiger jetzt was Gutes ist. Eigentlich muss ich den jetzt auch nehmen. Ich will auch anders was nehmen. Ich nehm noch jetzt den... Der ganz weird rechten ZM. Okay! Ha! Du hast mich rasiert. Ähm, du hast getroffen. Balde, Borno, Van der Beek und Rashford. Also 150.000 Münzen. Ähm... Boah, ich geb die mal ab in den SPC. Tut ein bisschen weh. Diaz war LMS, P3RMS und vorne war Puyol am Start. Aber hast eigentlich so die... Ja, Rashford ist schon heftig, glaub ich. Der kostet 110k. Aber... Ja... Wer war rechter Innenverteidiger, gell? Äh, Castells. Also... Okay, dann war es sogar besser? Oder nicht? Ja... Okay, eigentlich dachte ich, safe ist besser. Okay, Freunde. Die Jungs sind am Start. Markus Rashford tut ehrliche Wesen. Wieder 150.000 Coins, die ich hier verliere. Ah! Was soll ich sagen? Unlucky. Na ja, sind weg. So, Leute. Lass gerne ein Like da. 10.000 Likes in das Ziel. Lass gerne ein Abo da. Checkt Heisen ab. Das war's. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.